Der Bevölkerung das Vertrauen in den Rechtsstaat zurückzugeben, werde eine ihrer großen Aufgaben als Staatsoberhaupt sein, hatte die frischgekürte Präsidentin der Slowakei Susanna Schaputova im Wahlkampf betont. Die überwägende Mehrheit ist gegen die derzeitige Regierung, deshalb kann man die Präsidentschaftswahl auch als Abstimmung über die Regierung erachten, meint der Politikwissenschaftler Scholt Gahl von der Komenius-Universität in Bratislava. In der Slowakei lebt eine große ungarische Minderheit, zu der auch diese Frau gehört. Ich habe gewählt, weil ich wandel will, sagt sie. Das slowakische Staatsoberhaupt hat vornehmlich repräsentative Aufgaben, ist aber zugleich Befehlshaber der Streitkräfte und kann hohe Richter ernennen. Die Wahl der Richter für das Verfassungsgericht ist im Gange. Sollte das so lange dauern, bis die Präsidentin im Juni ihr Amt antritt, könnte sie noch Einfluss nehmen. Unmittelbar nach ihrer Wahl rief Schaputova zum Zusammenhalt auf und kündigte an, zügig Gespräche mit der Regierung führen zu wollen. Vielen Dank. Vielen Dank.